Der große Preis von Japan 2015 fand am 27. September auf dem Suzuka International Racing Course in Suzuka statt und war das 14. Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2015. Bericht Nach dem großen Preis von Singapur führte Lewis Hamilton in der Fahrerwertung mit 41 Punkten Vorsprung vor Nico Rosberg und mit 49 Punkten vor Sebastian Vettel. In der Konstrukteurswertung führte Mercedes mit 153 Punkten vor Ferrari und mit 265 Punkten vor Williams Mercedes. Beim großen Preis von Japan stellte Pirelli den Fahrern die Reifenmischungen P0 Hard und P0 Medium sowie für Nesse Cintorato Intermediates und Cintorato Full Vets zur Verfügung. Wie im Vorjahr gab es lediglich eine DRS-Zone auf der Startzielgeraden, der Messpunkt befand sich 50 Meter vor der Casio 3 Engel. Damit Regenwasser besser abfließen konnte, wurde das Drainagesystem an mehreren Stellen verbessert. Betroffen war hier auch der Bereich der S-Curves, in denen Julius Bianchi im Vorjahr verunfallte. Außerdem wurden beidseitig im Bereich von Herpin bis Spoon die Träger für Werbebanner entfernt. Sämtliche Vorrichtungen zur Anbringung von Schildern wurden hierdurch welche aus leichtem Material ersetzt. Pastor Maldonado, Max Verstappen, Marcus Eriksen, Romain Grosjean, Nico Hültenberg, Sergio Perez, Vettel, Jenson Button, Hamilton und Daniel Caveat gingen mit Strafpunkten ins Rennwochenende. Mit Vettel, Fernando Alonso, Hamilton, Kimi Rieken und Jenson Button traten fünf ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Alonso und Hamilton gewannen den großen Preis von Japan jeweils einmal, als das Rennen 2007 und 2008 auf dem Fuji Speedway ausgetragen wurde. Als Rennkommissare fungierten Gerd Enser, Tekashi Mitarashi, Roger Pirt und Emmanuel Pirro. Training Ming Beide freie Trainings am Freitag fanden bei Regen statt. Im ersten Training war Carlos Sainz J.R. Mit einer Rundenzeit von 1 zu 49.434 Minuten der schnellste, gefolgt von Caveat und Rosberg. Nur zwölf Fahrer erzielten eine Zeit. Im zweiten freien Training übernahm Caveat in 1 zu 48.277 Minuten die Führung vor Rosberg und Hamilton. Bis auf Valtteri Bottas erzielten alle Fahrer eine Zeit, wobei beide Manor-Piloten keine Zeit unterhalb der 107%-Hürde schafften. Im dritten freien Training, das unter trockenen Bedingungen stattfand, war Hamilton mit einer Rundenzeit von 1.33 Uhr. 995 Minuten schnellste vor Rosberg und Daniel Ricciardo. Das Qualifying bestand aus drei Teilen mit einer Nettolaufzeit von 45 Minuten. Im ersten Qualifying-Segment hatten die Fahrer 18 Minuten Zeit, um sich für das Rennen zu qualifizieren. Alle Fahrer, die im ersten Abschnitt eine Zeit erzielten, die maximal 107% der schnellsten Rundenzeit betrug, qualifizierten sich für den Grand Prix. Die besten 15 Fahrer erreichten den nächsten Teil. Hamilton war schnellster. Fairstappen stellte eine Minute vor Trainingssende sein Fahrzeugausgangster Herr Pinn auf der Strecke mit einem technischen Defekt ab. Was für gelbe Flaggen in diesem Streckenabschnitt sorgte. So waren für die anderen Fahrer keine Verbesserungen mehr möglich. Rossi schaffte daher keine Runde, die schneller als 107% der schnellsten Rundenzeit war und qualifizierte sich nicht für das Rennen. Außerdem schieden Stevens Button und die Sauberpiloten aus. Der zweite Qualifying-Abschnitt dauerte 15 Minuten. Rosberg war schnellster. Fairstappen, der keine Rundenzeit setzen konnte, Alonso, Maldonado, Sainz und Hüttenberg schieden aus. Der finale Abschnitt ging über eine Zeit von 12 Minuten, in denen die ersten 10 Startpositionen vergeben wurden. KW Yard kam kurz vor dem Ende des Qualifyings von der Strecke ab, schlug in die Streckenbegrenzung ein und überschlug sich. Das Qualifying wurde daher abgebrochen und nicht wieder gestartet. Rosberg sicherte sich mit einer Zeit von 1 zu 32.584 Minuten die Poleposition vor Hamilton und Bottons. Es war für Rosberg die zweite Poleposition in der Saison und die 13. für einen Mercedes-Fahrer. Hüttenberg erhielt eine Startplatzstrafe in Höhe von drei Plätzen, da er beim großen Preis von Singapur eine Kollision mit Felipe Massa verursacht hatte. Auch Fairstappen erhielt die gleiche Strafe, da die Rennkommissare es als erwiesen ansahen, dass er den Wagen in Q1 trotz des technischen Defektes an einer sicheren Stelle hätte abstellen können. KW Yard musste aus der Boxengasse starten, da an seinem Fahrzeug nach dem Unfall diverse Reparaturarbeiten vorgenommen werden mussten und dies nach den Regularien des Parkfermen nicht erlaubt war. Außerdem nutzte das Team die Gelegenheit, straffrei die komplette Antriebseinheit und das Getriebe zu wechseln. Das Rennen ging über 53 Runden. Hamilton startete besser als Rosberg, beide fuhren nebeneinander in die ersten Kurven. Vettel ging vor der ersten Kurve bereits an Bottas vorbei. Am Ausgang der Fürst kam Rosberg mit zwei Rädern auf das Gras, er fiel hinter Hamilton, Vettel und Bottas auf den vierten Platz zurück. Seins kollidierte mit Peres, der einen Reifenschaden erlitt und durch das Kiesbett fahren musste. Massa und Ricciardo kollidierten ebenfalls beide erlitten Reifenschäden und mussten an die Box fahren. Hamilton führte vor Vettel, Bottas, Rosberg, Reekön, Grogin, Maldonado, Hülkenberg, Seins und Ericsson. In der zehnten Runde kamen die ersten Fahrer zum Reifenwechsel an die Box. Bottas ging in Runde zwölf an die Box, um zu verhindern, dass Rosberg durch einen früheren Boxenstopp vorbeigehen kann. Vettel stoppte eine Runde später und versuchte, sich damit gegen Bottas zu verteidigen. Rosberg und Hamilton gingen einige Runden später an die Box, die Positionen blieben aber unverändert. Bis auf Hamilton und Bottas wechselten alle Fahrer in der Spitzengruppe auf die härtere Reifenmischung. In Runde 18 ging Rosberg vor der Casio-Trei-Engel an Bottas vorbei und lag nun auf dem dritten Rang. Er konnte sich danach absetzen und den Rückstand auf Vettel verkürzen, während Reekön auf Bottas aufholte. In Runde 29 ging Reekön zum zweiten Reifenwechsel an die Box, eine Runde später auch Rosberg und Bottas. Bottas fiel so hinter Reekön zurück. Auch Vettel verlor durch seinen Boxenstopp in der folgenden Runde eine Position an Rosberg, der mit den frischen Reifen die bis dahin schnellste Runde des Rennens fuhr. Nach den zweiten Boxenstopps führte Hamilton vor Rosberg, Vettel, Reekön, Bottas, Hülkenberg, Grugin, Maldonado, Sainz und Verstappen. Sainz klagte am Teamfunk über Bremsprobleme, er musste seinen deutlich schnelleren Teamkollegen Verstappen kampflos passieren lassen. Stevens drehte sich in der 130 R, konnte das Fahrzeug aber abfangen und auf der Strecke bleiben. Er verlor jedoch eine Position an seinen Teamkollegen Rossi. Zwei Runden vor dem Ende stellte Nasser seinen Wagen ab. Hamilton gewann das Rennen vor Rosberg und Vettel. Es war der achte Saisonsieg für Hamilton, mit 41 Siegen zog er damit mit Ettensinner gleich. Für Mercedes war es der elfte Sieg und der achte Doppelsieg der Saison. Für Rosberg war es die elfte und für Vettel die zehnte Podiumsplatzierung der Saison. Die Top 10 kompletierten Reikön, Bottas, Hülkenberg, Grugin, Maldonado, Verstappen und Sainz. Die ersten drei Positionen in Fahrer- und Konstrukteurswertung blieben unverändert. WM stände nach dem Rennen. Die ersten 10 des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt.